Hallo, heute werden wir weiter die Benutzung von Sir und Star zusammen mit Simona und Peter lernen. Dafür gehen wir mit den beiden zusammen in den Zoo. Hola Simona, ¿cómo estás? Hola Peter, estoy aburrida. Hallo Simona, ¿cómo estás? Hallo Peter, mir ist langweilig. Hier benutzen wir Star, weil es um ein Befinden geht. Was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Und nova und Bereich allergzwischena���其ter wird weltweit comes. Bis zum nächsten Mal. Und da werden wir die Zensuren contacting Jochen deceived. F低 auf die Zensuren. Despite D above, eine schwierige Person. Sehr contact, wenn du nie mit mir und damit etwas gebrochen kannst. Soặc werden wir der loses und diesbeisen, stir Marina oder Kohlen Cl Jackie habl 서로 ste好吃.